Liebe Freunde und Förderer unseres Radios, wenn eine zwar knappe, aber doch vorhandene Mehrheit beim synodalen Weg beschließt, darüber zu debattieren, ob es das sakramentale Priestertum in unserer Kirche überhaupt noch braucht und andere, es sind zwar wenige, aber doch die Forderung aufstellen, dass man homosexuelle Beziehungen in den Rang eines Sakramentes erheben sollte, beides sind für mich Forderungen, die nicht akzeptabel sind, so offenbart sich dahinter eine Geisteshaltung, die mich betroffen macht. Wird hier nicht, wie bei anderen Postulaten auch, besonders der Sexualmoral, der hohe Anspruch des Evangeliums auf die eigenen Bedürfnisse, Triebhaftigkeit und Trivalität heruntergeschnurrt? Ich denke an die Bergpredigt. Kein Unvoreingenommener kann diese lesen, ohne im Innersten angerührt zu werden. Wir erschrecken davor, was der Herr von Jüngern erwartet. Eine Leidensbereitschaft bis hin zum Martyrium. Ein Gott gleichwerten als Söhne Gottes in der Feindesliebe. Ein Lebensstil, der sich von materialistisch gesündeten Menschen und Gottlosen, gemeint sind Söhner und Sündern, abhebt. Eine Totalität und Radikalität, in der kein Bereich des Lebens ausgespart bleibt in unserer Beziehung zu Gott. Eine Reinheit und eine Heiligkeit, weil die der Pharisäer weit übersteigt. Eine ausstrahlende Freude als Erkennungszeichen. Und eine Armut im Geist, denn nur das, was leer ist, kann auch gefüllt werden. Wenn all dies ignoriert wird und das Evangelium nur noch als Zuspruch, aber nicht mehr als Anspruch verstanden wird, dann wird das Salz schal. Und es wird nicht nur von den Leuten zertreten, es wird auch hinausgeworfen. Das meint der griechische Text im Original. Es ist eine Anspielung auf den faulen und unnützen Knecht. Der Online-Kongress aus Anlass des 25. Jubiläums von Radio Horeb steht bevor. Oft werde ich gefragt, wie alles mit meiner Tätigkeit als Programmdirektor von Radio Horeb begonnen hat. Und ich antworte immer, mit einer Sehnsucht, ein Radio nach dem Stil von Radio Maria in Deutschland zu machen. In den ersten Jahren meiner Tätigkeit war ich oft in Varese und Erba. Das sind Städte in der Provinz Como. Und habe mir das angeschaut vor Ort. Das Sendekonzept der Italiener war revolutionär und ist es bis heute. Ein Sender, der nur von den Spenden seiner Hörer lebt und bei dem die ehrenamtliche Mitarbeit der Zuhörer entscheidend ist. Ja, war das überhaupt in Deutschland umsetzbar? Ich war davon überzeugt. Mir wurde nämlich klar, welcher Segen von dieser Station für das ganze Land ausgeht. Nur ein Beispiel. Auf eine einzige Sendung für ihren Haftierte kam eine Menge von Briefen an, ein ganzer Stapel. Ich war zutiefst beeindruckt von diesen Zeugnissen. Das Radio brachte tatsächlich Licht in dunkle Gefängniszellen und erkaltete Herzen. Es vermittelte Hoffnung. Meistens waren die Besprechungen am späten Nachmittag vorbei. Bei der Fahrt nach Hause habe ich noch bis weit in die Schweiz hinein das Signal von Rade Marie Italien gehört. Der Empfang wurde allerdings immer schwächer und brach schließlich ganz ab. Für mich war das wie eine Seifenblase, die zerplatzte. Ein scheinbar unerfüllbarer Traum. Die Rundfunkgesetzgebung in Deutschland war eine andere. Es gab keine Möglichkeit, ein Radio dieser Art in Deutschland zu betreiben. Und wenn ich dann so über den Kormer See fuhr, es war meistens schon dunkel, und die Lichterketten der Häuser am See entlang sah, dann hat mich immer eine melancholische Stimmung ergriffen. Und diese hat sich in eine Bitte an der Mutter Gottes geäußert, uns doch die Wege für ein solches Radio in Deutschland aufzutun. Es hat lange gedauert, aber am 17. Mai 2011 war es dann soweit. Wir bekamen den Zuschlag von der Digitalradiofrequenz, die ganz Deutschland abdeckt. Für mich ist es nach wie vor ein Wunder. Zehn Jahre sind seitdem ins Land gegangen, in denen Radio Horeb beträchtig gewachsen ist und für viele Menschen in Deutschland, aber auch für viele Radiomaria-Stationen auf der Welt, besonders in Afrika, zum Segen wurde. Also bei diesem Kongress der Rückblick natürlich. Aber wir werden Ihnen auch Dinge zeigen, die Sie vielleicht so noch nicht wahrgenommen haben, Facetten, die vielleicht für Sie neu sind, zum Beispiel auch bei mir selber. Sie haben das vielleicht schon erfahren, dass ich gelegentlich auch male. Ich werde Ihnen in einer Fülle von Farben und Licht, so der Titel einer Sendung, am Sonntag, den 12. Dezember, einige meiner Aquarelle vorstellen. Übrigens werden diese auch in Form eines Kalenders herausgegeben, und zwar für jeden Spender, der 50 Euro aufwärts gegeben hat. Viele Gäste und Begleiter werden vor Ort mit dabei sein und Sie werden diese, wie schon gesagt, nicht nur hören, sondern auch sehen können. Ein Wunsch, der immer wieder an uns herangetragen wird. Wir wollen euch auch sehen. Ein Großteil der Geschäftsführung von Radiomaria Italien wird bei uns sein. Wir werden verschiedene Grußworte von Köln-Württenträgern einspielen, so etwa von meinem Bischof in Augsburg, Dr. Bertram Mayer, dem Präsidenten der Bayerischen Landeszentrale von Neuemedien, dem früheren Chefredakteur von Focus Money und vielen anderen auch. Ganz besonders freut es mich, dass Pater Dr. Anton Lesser, der mit dem Radio in Beiderschwang begonnen hat, zu uns persönlich kommen wird. Er wird euch einen Gottesdienst mit uns feiern. Der größte Teil der Feierlichkeiten wird bei EWTN live übertragen. Wir teilen auch in KTV. Ich freue mich auch, dass Martin Rotweil, der Chef von EWTN, bei uns sein wird. Sie können das meiste auch im Bild mitverfolgen auf unserer Homepage horep.org oder der Horep-App Facebook und YouTube. Zum Schluss noch eine Bitte. Durch Lohnerhöhungen und gestiegene Verbreitungskosten für Digitalradio, besonders auch durch den Kauf eines Gebäudes neben unserem Medienhaus hier in Balderschwang, fallen zusätzliche Kosten von 600.000 Euro an. Das ist nicht wenig. Eine Zuhörerin regte an, wir sollten doch einen Jubiläaton machen. In Anlehnung an den Mariaton. Nun, das möchte ich nicht. Andere Stationen machen das. Einen zweiten Spendenmarathon. Diesmal nicht für andere Nationen und für sich selbst machen sie sogar dreimal im Jahr. Ich denke, sie werden es auch so geben, ohne dass wir einen eigenen Spendenmarathon wieder durchführen werden. Wir werden Ihnen auch bei diesem Online-Kongress die einzelnen Projekte vorstellen, die Sie unterstützen können. Wenn in diesen 25 Jahren etwas deutlich geworden ist, dann, dass Radio Horep ein Werk der Mutter Gottes ist. Ohne Ihren Beistand hätten wir nie so viele Schwierigkeiten überwinden und uns ausbreiten können. Jetzt brauchen wir Ihre Hilfe. Und ich danke Ihnen schon jetzt, dass Sie sich ansprechen lassen, wie das immer so war in all den zurückliegenden Jahren. Wir geben wirklich alles, gerade jetzt auch bei diesem Kongress und in sehr schwierigen Situationen, pandemiebedingt. Es ist alles andere als leicht, diesen Kongress zu organisieren. Und Sie werden sehen, dass er großartig wird. Und ich weiß dann auch, dass Sie auch großzügig sind und uns unterstützen werden. So segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Waren Sie es gut.